Um die wertvollen Erinnerungen mit deinen Liebsten in Form von Fotos und Videos so sicher wie heutzutage möglich aufzubewahren, ist der allererste Schritt, alles von deinen mobilen Endgeräten ins eigene Zuhause, in den eigenen Kontrollbereich zu sichern. Für deine wichtigsten Kontakte kannst du in deinem Telefonbuch eine V-Card, eine .vcf-Datei erstellen und direkt in dein Synology Drive oder die File Station hochladen. Alternativ kannst du dir die Synology Contacts App herunterladen und mit dem CARD-DAF-Protokoll alle Adressen aus Google, Outlook und so weiter synchronisieren. Für Fotos und Videos lädst du dir die Moments App herunter, gehe dafür in den Google Play Store oder wenn du ein iPhone hast, den App Store und gib einmal Moments ein. Ganz oben erscheint schon die gesuchte App, die schnell installierbar ist. Nach der Installation öffnest du das Programm. Ich bin jetzt bereits auf meiner Synology angemeldet, weshalb hier bereits die Bilder und Videos, die ich kürzlich gesichert habe, auftauchen. Unten rechts bei Mehr kannst du aber auch jederzeit eine neue Aufgabe erstellen. Dafür klickst du auf die oberste Zeile und dann auf Fotosicherung aktivieren, wodurch sich die Einstellungen öffnen. Hier legst du fest, welche Fotos und Videos gesichert werden sollen. Du kannst die Ordner für das Backup auswählen. Wenn dein mobiles Internet begrenzt ist, kannst du hier den Haken setzen, um ausschließlich im WLAN hochzuladen. Ganz unten legst du fest, wie mit doppelten Dateien umgegangen werden soll. Nach dem Klick auf Fertig oben rechts startet das Backup und du kannst den Fortschritt hier verfolgen. Wenn mit der Zeit all deine Momente und Erinnerungen geschützt wurden, kannst du unter Speicherplatz freigeben, den Speicherplatz deines Smartphones von allen bereits gesicherten Fotos befreien und so wieder Platz für Neues schaffen. Natürlich kann das Backup an dieser Stelle bei Bedarf auch wieder deaktiviert bzw. pausiert werden. Das Schöne ist, dass du auf die ganzen Fotos und Videos immer noch von jedem Ort aus zugreifen kannst, ohne dass Speicherplatz auf dem Smartphone verwendet wird. Hier nochmal der Hinweis aus dem FAQ-Video. Mit DSM 7 diesen Spätsommer wird Moments mit der Fotostation zu einem ganz neuen Paket verschmelzen, nämlich zu Synology Photos. Mit der Sicherung per Moments ist es natürlich noch nicht getan, denn deine Fotos und Dokumente sind dadurch ja noch nicht vor Vorfällen in der eigenen Wohnung geschützt, sei es Brand, Einbruch oder Wasserschäden. Jetzt könntest du berechtigterweise fragen, warum dann nicht gleich alles vom Smartphone in eine Public Cloud hochladen? Erstens mal sind Public Clouds nur dem ersten anscheinend nach günstiger. Durchschnittlich nach drei, spätestens aber nach fünf Jahren rentiert sich ein eigener Server und Synologies halten auch gerne mal länger als zehn Jahre, wodurch du schon mindestens fünf Jahre lang Geld sparen würdest. Die Frage ist auch, ob du dir die AGBs deiner Public Cloud jemals durchgelesen hast und dir sicher sein kannst, wie mit deinen persönlichen Dateien umgegangen wird. Was sagt deine Intuition? Ist deine Kontrolle über deine persönlichen Daten in deinem eigenen Wohnzimmer, auf deinen eigenen Festplatten höher oder auf ausländischen Servern, bei denen du nicht einmal den genauen Standort kennst? Auch wenn mal keine Internetverbindung besteht oder Regierungen den Datenverkehr zwischen Ländern einschränken, willst du die Kontrolle über deine Familienfotos und Dokumente bei dir behalten und hier vollkommen unabhängig von anderen sein. Die meisten wissen gar nicht, dass Daten von selbst verrotten können. Kosmische Strahlung kann zu defekten Daten und zu Abstürzen führen. Diesen Prozess nennt man BitRot. Hier mal ein veranschaulichendes Beispiel dafür, wie gering der BitRot sein muss, um unsere Dateien schon unbrauchbar zu machen. Dieses Foto besteht aus über 300.000 Bits, aber nur drei BitFlips reichen, damit das Kind nicht mehr identifizierbar ist. USB-Sticks und auch externe Festplatten, die vielleicht sogar an den Router angeschlossen sind, schützen hiervor nicht. Außerdem dient dir ein NAS viel vielseitiger als eine externe Festplatte. Wahrscheinlich hast du in deinem Netzwerk bereits mehrere Tablets, Smartphones und noch mehrere Rechner, die alle täglich Daten produzieren. Und hier den Überblick permanent zu behalten, ist eine echte Herausforderung. Datensicherungen müssen, wenn du es wie die Profis machen willst, automatisch laufen, damit du hier eine Sorge weniger am Tag hast. Eine Synology macht Schluss mit dem manuellen Hin- und Herkopieren von Dateien zwischen verschiedenen Geräten und bietet außerdem etliche weitere kostenlose Bonus-Features. Nicht nur kannst du doppelte Informationen aussortieren, wodurch du wiederum Speicherplatz und damit bares Geld sparst, sondern du lässt deinen Nachbarn in Sachen Datenschutz mit einer Synology auch dadurch alt aussehen, dass deine Backup-Hardware etliche Multimedia-Funktionen hat und sogar zur Videoüberwachung genutzt werden kann. Nur ein cooles Beispiel dafür, du kannst mit deiner Diskstation deinem alten Smartphone aus der Schublade neues Leben einhauchen, indem du es im Handumdrehen zu einer fernsteuerbaren Überwachungskamera machst. Die gerade genannten Argumente sprechen gegen die ausschließliche Nutzung von Public Clouds und gegen die ausschließliche Nutzung von externen Festplatten. Das heißt nicht, dass du dir diese Technologien gar nicht zunutze machen solltest. Im Gegenteil, eine Mischlösung ist der Optimalfall und sollte dein Ziel sein. Du legst wahrscheinlich auch bei anderen Dingen im Leben nicht alle Eier in einen Korb. Wieso solltest du das dann mit deinen digitalen Wertgegenständen tun? Sobald du also einmal eine lokale Version deiner Daten auf deiner Synology im eigenen Kontrollbereich hast, kannst du zusätzlich natürlich Public Clouds nutzen oder eben eine externe Festplatte, die du dann beispielsweise in einer anderen Wohnung lagerst. So sind deine Daten auch gegen Brand-, Einbruch- und Wasserschäden sicher. Wir empfehlen unsere eigene C2 Cloud als externes Backup, einfach aus zweierlei Gründen. Erstens sind die Server in Frankfurt am Main, also zumindest schon mal in eigenen Landesgrenzen nach deutschem Datenschutzgesetz. Und zweitens kann das Backup schon vor der Übertragung clientseitig verschlüsselt werden. Das bedeutet, dass du eine Key-Datei auf deinen Rechner runterladen kannst, ohne die die Daten nicht gelesen werden können. Im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Hacker es jetzt schaffen sollte, sich Zugang zu dem Rechenzentrum zu verschaffen, hat er dadurch immer noch keinen Zugriff auf deine Daten, da sie dort nicht unverschlüsselt liegen. Um deine Familienfotos und Dokumente richtig nach modernsten Sicherheitsstandards aufzubewahren, lädst du dir nach dem Moments Backup im zweiten Schritt, also Hyper Backup, kostenlos aus dem Paketzentrum herunter. Auch hier habe ich zu Hause im Februar bereits einen erfolgreichen Backup-Job durchgeführt. Mit dem Klick auf das Plus-Symbol unten links kannst du jederzeit weitere Datensicherungspläne erstellen. Im ersten Schritt wählst du die gewünschte Cloud aus. Hier steht eine Vielzahl von Drittanbietern zur Auswahl. Wir wählen aus den eben genannten Gründen den Synology C2-Speicher als Ziel für die Sicherung aus. Gib die Anmeldedaten deines Kontos ein, da ich bereits ein eigenes C2-Abo habe, taucht hier direkt die dazugehörige Statistik auf und ich muss nur noch einmal bestätigen. Das Abo kann aber, wenn du gerade neu anfängst, in diesem Fenster auch erst einfach nachgebucht werden. Nach der Anmeldung ist die Auswahl standardmäßig oben auf der neuen Datensicherungsaufgabe und du kannst festlegen, wie der Backup-Ordner in der Cloud heißen soll. Wähle die zu sichernden Ordner oder ganze Volumen aus. Du kannst einen Dateifilter einrichten, um auszusortieren. Wähle dann die Anwendungen aus, die du sichern möchtest. Hier taucht natürlich auch Moments auf. Das orange Ausrufezeichen informiert dich darüber, dass das Paket temporär angehalten wird, solange das Backup läuft. Teilweise gibt es hier noch individuelle Hinweise zu gewissen Anwendungen. Hier Beispiel sichern wir alles. Gib der Sicherungsaufgabe nun einen Namen und konfiguriere deine gewünschten Einstellungen. Du kannst hier Aufgabenbenachrichtigungen per E-Mail, SMS oder Pushdienst aktivieren und Protokolle erstellen lassen. Du kannst die Bandbreitennutzung beschränken, wenn du auf die C2 sicherst und den Sicherungszeitplan aktivieren. Die automatische Integritätsprüfung überprüft die gespeicherten Daten und erkennt Beschädigungen. Sehr wichtig ist dieser letzte Punkt, die clientseitige Verschlüsselung. Damit werden deine Dokumente vor der Übertragung direkt einmal verschlüsselt, um unerwünschte Zugriffe von Hackern in der Cloud unmöglich zu machen. Das habe ich gerade bereits erklärt. Denk dir hier also ein sehr sicheres Passwort aus und klicke auf Weiter. Die Warnung dazu, den Key nicht zu verlieren, erscheint. Du darfst dein Passwort und deine Key-Datei auf gar keinen Fall verlieren, da die Daten sonst weg sind. Im nächsten Fenster wird das Rotationsschema eingerichtet. Von den frühesten Versionen bedeutet, dass die frühesten vorhandenen Sicherungsversionen gelöscht werden, wenn die angegebene maximale Anzahl, hier unten die 256, überschritten wird. Smart Recycle ist eine weitere Variante für das Rotationsschema, um Speicherplatz zu sparen. Und unter Benutzer definiert, kannst du noch mehr ins Detail gehen, aber natürlich nur, wenn du das möchtest. Mit dem Klick auf Übernehmen wird die Einrichtung abgeschlossen. Nun erscheint auch der Download der Key-Datei, die du genau wie das zugehörige Passwort, das du selbst festgelegt hast, sehr sicher aufbewahren solltest. Mit dem Klick auf Ja startet dann die sichere Übertragung deines externen Backups. Wenn die Daten übertragen wurden, kannst du sie wie in den meisten Public Clouds flexibel in jedem Browser durchsuchen und von überall aus herunterladen, auch wenn deine Synology mal ausgeschaltet sein sollte. Da du bis hier geschaut hast, gehörst du offensichtlich zu den 5% der Menschen, die Datenschutz daheim ernst nehmen wollen. Bleib am Ball, dann wird das Pflichtthema IT eine echte Leidenschaft und du wirst auch vielen anderen Menschen als Vorbild einen echten Mehrwert bieten können und zu jedermanns Lieblings-ITler werden. Nehmt du einen Teil dieser wachsenden Lerngemeinschaft wirst, leistest du außerdem einen direkten Beitrag zu dem übergeordneten Ziel und zwar dazu, die Welt im Kleinen durch Daten zu verbessern. Wenn der allgemeine Wissensstand in diesen komplexen Zeiten steigt, ist jeder Einzelne auch in der Lage dazu, neue Technologien auf eine sichere Art und Weise zu nutzen. Vielen Dank!